So, meine Damen und Herren, Sie wissen, seit gestern haben wir Rekordwochen. Ich habe seit Juni letzten Jahres nicht mehr den Rekord auf unserem Treppengeländer gebrochen und ich will jetzt versuchen, in dieser Woche es zu schaffen. Gestern hat es leider nicht geklappt, vielleicht klappt es heute. Ich bediene mich natürlich kleiner Hilfsmittel. Was haben wir heute? Was ist das? Was ist das? Eine Regenhose oder was? Und das soll rutschen? Das hier? Was ist das denn? Flutschi? Was sind Flutschi? Achso, ich verstehe. Ich soll, damit meine Hose nicht dreckig wird, soll ich das anziehen? Soll ich diese Hose jetzt schon mal drüber ziehen, damit meine Hose nicht dreckig wird, wenn ich da das Geländer runterrutsche? Was ist Flutschi? Wo gibt es denn Flutschi? Ist das? Hier, seit 20 Jahren das Original bekannt und bewährt. Flutschi. ... Diese nicht-fettende gel-artige Gleitcreme mit dem erregenden Ambra-Duft wird schon beim Vorspiel auf die äußeren... oder den aufgetragen flutschi klebt nicht ist wasserlöslich öl- und fettfrei 100 prozent kondomfreundlich und dermatologisch nicht getestet nur zur äußeren anwendung was heißt das denn nur zur äußeren anwendung da kann doch was nicht stimmt so jetzt muss ich erstmal diese hose anziehen damit meine eigene hose nicht schmutzig wird flutschi also ich bin gleich soweit meine damen und herren ja flutschi hierzu vielleicht noch eine kleine anegdose so moment das ist trage ich das jetzt erst auf die auf die hände auf oder was und dann auf das geländer schauen sie mal bitte ja auch gut dieser trick können sie dazu können sie auch gebrauchen wenn sie mal freunde zu zu gast haben ein bisschen flutschi in die hand ja und dann wenn die reinkommen ach hallo hallo alter trick party ja flutschi und ihre party wird ein erfolg muss ich jetzt das ganze ding hier mit einreiben kommt da gleich noch die danny minogue runter auch ok ich schreibe das jetzt mal ein das sieht aber straf aus so schön hier macht das auch wieder einer weg gleich ich mach's mal ach so das konnte das ist eine gute technik hier so kann man das auch sehen so auf die seite auch noch ein bisschen flutschi viele von ihnen beneiden nicht oder viele frauen hier im publikum sagen das auch zu ihrem mann guck mal schatz so geht das so so das könnte ein neuer rekord werden aber ich brauche ich mir jetzt nicht die haxen rekord mit flutschi ja was so du nimmst nicht ich gebe mehr flutschi mal darunter so sehr gut habt ihr auch ein handtuch für mich wenn ich jetzt gleich da unten damit ich nicht verblute so also sie müssen mich ein bisschen anfeuern meine damen und herren aber nicht geschafft oder ganz kann aber wenn dann geht so gestern gestern hatte ich ja noch einmal da muss ja noch ein bisschen flutschi drauf tun weil gestern hatte ich ja in dieser in dieser rennenradler hose das hat überhaupt nicht gemacht aber das geht ja los wie die das ist ja unfassbar ich kann den flutschi freund verstehen langsam das ist ja der hammer ist aber sehr gefährlich habe mir eine leichte zerrung im trizeps hinten zu bezogen ja ich muss hier noch ein bisschen flutschi aber ich habe das nicht gedacht ich habe gedacht das macht eigentlich nur die technik aber das ist ja unfassbar flutschi hören sie mal wie jetzt flutschi jetzt klingt wenn sie das hören war zu viel flutschi so gefährlich ich hoffe ich breche mir nicht die knochen oder bin ich versichert eigentlich ja was sagen wir der versicherung wenn was passiert ja ich habe mich mit flutschi vielleicht sollten wir hier ein bisschen noch mal wegwischen wie beim basketball kennt man hier ist ein bisschen flutschi am boden gekommen kurz ruhig noch was wegwischen ich kann es auch selber machen ach nill ja kleinen applaus für nicole meine Damen und Herren fantastische wer hätte das gedacht das flutschi so los ich muss ja hier immer ein bisschen dann ein bisschen an dem antuch die hände mal ein bisschen damit ich oben zumindest im in der anfahrt guten grip habe stehst du ja das ist ja hammer das ging so schnell runter ich war ein bisschen geschockt meine damen werden eben ich glaube es ist möglich oder so nah war ich glaube ich in den letzten wochen nicht mehr dran am rekord auf moment moment ja 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 ruhe ruhe kommt sofort okay mua 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 Jetzt wird's gefährlich. Es ist hart, es ist gefährlich auch mit Flutschi, oder? Ja, Flutschi, ja. Noch ein Versuch? Ah, ich bin aber ... Zu viel. Morgen noch mal mit Flutschi probieren? Ich mach noch einen mit Flutschi, komm. Einer mit Flutschi geht noch. So, ah ... Danke. Ich hoffe, es ist noch genug Flutschi drauf. Flutschi wird aber ganz schnell trocken, muss ich sagen. So, jetzt wird's aber ... Das war schon beinahe ... Beinahe, Oberschenkel, Halsbruch inklusive ... Sprunggelenktrümmerbruch. Gut, aber was mach ich nicht alles, meine Damen und Herren. So, einmal noch. Oh ... Unfassbar ... Unfassbar ... Ich bin dran, oder? Haben wir noch einen? Ja, bevor ich morgen wieder das ganze Geländer mit Flutschi einschmieren muss. Einen können wir noch. Einmal Flutschi drüber. Sie wollen's doch auch, oder? Ja, natürlich. Noch einmal Flutschi drauf. Ab morgen, glaub ich, der absolute Renner. Wir haben's ja selber bezahlt, oder? Das ist keine Werbung, oder? Wenn wir Flutschi sagen. So. Hier noch ein bisschen Flutschi. Ja, mach mal ein bisschen so was Dramatisches. Das hat's auch jetzt für mich so, die Stimmung. Ja, sehr gut, sehr gut. Okay. Ja, genau. Flutschi ... Hilf beim Rutschi. So. Hätte ich das gewusst, dass es heute so spannend wird, hätte ich auf jeden Fall noch so gregorianische Choräle bestellt. Flutschi ... So, jetzt heißt es ... Rekord gebrochen oder Knochen gebrochen. Meine Damen und Herren. Ja! 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 Dankeschön! Das war's, oder? War's das? Unfassbar! Unfassbar! Vergessen Sie Sven Hannawald und die ganzen anderen Pfeifen da. Flutschi ist es! Kann ich noch mal die Zeit übersehen? Es ist Weltrekord, ja, ne? Sensationell! So, was haben wir jetzt? Gut. Das war aber knapp wirklich am Beckenbruch. Also ich zieh jetzt mal die Hose aus, oder? Setze ich mich jetzt mit der Flutschi-Hose auf den... Was? Mein Held ist auch von Flutschi? Naja, dann! Oh! Kann ich sagen. Flutschi! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!